Und eingepackt. Ich habe ausreichend viele Köderfische und die ganzen Köderfische, die gehen wir jetzt verangeln. Ja, mit dem letzten Update hat sich ja ein bisschen was getan bei den Köderfischen bzw. beim Erstellen der Köfis. Es wurde ein bisschen einfacher. Sofort, wenn man die Köderfische hat in der passenden Größe, werden sie quasi reingelegt in diese Option hier oder in dieses Verarbeitungsprogramm. Zack, siehste, ich habe sogar noch eine zweite Muschel. Perfekt hergestellt. Och, ich habe sogar noch eine dritte. Siehste, gar nicht aufgefallen. Ne, ne. Wo kommen die ganzen Muscheln her? Jetzt ist aber gut. So, also Muscheln sind verarbeitet. Hier ist sogar noch eine. Und es legt sich halt automatisch rein. Super praktisch. Endlich mal eine richtig gute Funktion auch. Gerade fürs Skillen auch eine absolut wichtige Funktion. Solltet ihr den einmal schon haben und soweit sein, dass ihr die herstellen könnt. Absolut jetzt nutzen ohne Ende. Mir war das immer so lästig, muss ich echt gestehen. Und das war mitten ein Grund, warum ich so ewig gebraucht habe, um auf die 100% zu kommen. Und ja, so ist es natürlich wirklich angenehmer. Man klickt einfach durch mit einem einigermaßen gut gefüllten Kescher. Und dann wird quasi automatisch der Fisch, der halt passend ist, hier unten reingelegt. Und man muss nicht erst reingehen in den Kescher, alles durchsuchen. Habe ich überhaupt passende Köderfische dabei oder eben nicht. In der Regel, also ich habe einfach immer den Kescher verkauft, war mir einfach zu viel Geraffe. So, klicken wir nochmal durch. Rotaugen sind auch noch dabei. Und die Rotaugen werden wir gleich verwenden. Da sind auch noch ein paar. Sehr schön. Gerade nochmal extra gezielt hier auf kleine Fischis gegangen. Speziell hier vorne an der Ecke kann man auch immer ganz gut nochmal auf Rotaugen gehen. Auch mit einer richtig guten Frequenz. Dann natürlich mit einem passenden kleinen 24er Haken. Kaffeeaufträge habe ich sogar auch schon abgegeben. Und dann geht der Rest jetzt hier ab in die Tonne. Immerhin noch 40 Silber. Und wir machen uns auch für Socken zum Kuori. So, und am Kuori angekommen. Ab ins Boot. Und wir brettern mal als erstes rüber zur Insel. Zack. Komm, gib Gummi. Noch ist es so ein bisschen einigermaßen hell hier. Dass wir uns noch die Abendstunden dann, dass wir die dann komplett ausnutzen können. Abendstunden und die Nacht. So, und da sind wir doch auch schon. Ei, ei, ei. Immer wieder laut das Teil. So. Da ist er. Der Baum aus der Hölle. Ei, ei, ei. Ziemlich wild das Teil, ne? Monstervieh. Also, hier wollen wir hin. Und hier wollen wir ein wenig auf Grund. Beziehungsweise eben mit Köderfischen angeln. Das Geile ist, also was halt wirklich geil ist. Ich habe gerade noch ein paar Köderfische oder gestern noch ein paar Köderfische bekommen. Und zwar einmal vom Danny DeVito noch ein paar Rotaugen. Und der Mentor hatte auch noch jede Menge Rotaugen. Das heißt, die ballern wir uns eben alle rein. Und mit diesem großen Puffer an Rotaugen macht es dann natürlich auch richtig Spaß, das mal ausgiebig zu testen. Es gibt natürlich auch einfach verschiedenste Rotaugenspots. Dann einfach an diesen Rotaugenspots das Ganze testen. Mit, hoppala, das ist die verkehrte Rote. An den Rotaugenspots testen mit kleinen Haken. 24er Haken, 22er Haken. Und dann Gibi. Ich baue das Setup mal eben kurz um hier auf Köderfischmontage. Was ich seit einiger Zeit mache fürs Köderfischangeln. Ich verwende diese Bleie hier. Sensationelle Bleie. Man hat beim Köderfischangeln immer ein bisschen das Problem, je nach Wurfgewicht der Rote, dass man schnell ans Limit kommt vom Wurfgewicht. Und das Schöne ist, wenn man dann dieses Blei verwendet, es ist relativ leicht. Es fliegt aber trotzdem super weit raus. Und das ist halt immer so dieser Knackpunkt. Ich ballere jetzt mal hier ein 17er, 15er. Ich glaube, ich nehme mal hier einen 15er Vorfach. Einser Haken. Und dann fangen wir mal an hier mit einem Rotauge. Haben wir denn noch welche, die so einigermaßen saftig sind? Da geht es doch schon los. 63 Gramm schmeckt. Also, erstes Rotauge, 15 Meter Loch. Und ich würde sagen, brauchen wir einen Clip. Ich schätze mal so Clip-mäßig. Sagen wir mal so 20 Meter sollten das schon sein. Das war, glaube ich, nicht ganz der Clip. Ich mache einmal auf und zu, da ist der Clip auf jeden Fall weg. Aber ich lasse es erstmal absinken. Und die nächste Rote bauen wir direkt zusammen. Die hatte ich, genau, die hatte ich schon mit dem Kaulbarsch. Das machen wir jetzt einfach mal ohne Clip hier. 45 Prozent aufladen. Zack, raus damit. Auch das Ding lassen wir erstmal absinken. Und die dritte Rote, die müssen wir auch noch umbauen. So, Rotauge dran. Benutzen. Und dann gehen wir da mal, ja, hier in diesem Bereich. Da werfe ich jetzt mal ein bisschen weiter raus. Aber ihr seht, es fliegt richtig gut raus mit einem 14 Gramm Blei. Und ich könnte es, wenn ich mir das gerade mal so anschaue, ich könnte es wahrscheinlich sogar noch erhöhen. 50 sind wir bei, sagen wir mal, 60 Gramm. 60 sind 70, sind 74 Gramm. Ich könnte es tatsächlich erhöhen. Ich könnte hier das dickere Blei noch drauf machen, wenn ich den weiter rauskommen wollen würde. Im Moment passt es so. Zumachen, zumachen, zumachen. Und natürlich auch wieder ein bisschen stramm ziehen. Wobei das stramm ziehen gar nicht so ganz nötig ist, denn der Fisch, der schwimmt da ja immer noch ein bisschen unter Wasser rum. So, ja, und jetzt heißt es, Attacke Vollgas hier. Machen wir mal noch ein bisschen Licht. Und dann entspannt aufs Köderfisch angeln am Koori. Ich bin schon richtig gespannt, wa? Das kann doch nur gut werden, ey. So, ja, ob jetzt hier was geht, werden wir sehen. Da stellt man sich hier hin, testet die ganze Nacht durch und in den Morgenstunden rasselt da so ein bisschen Kleinscheiß rein. Ich wechsle jetzt erstmal den Spot. So, angekommen hier von der Insel eben rübergebreddert. Jetzt geht es an den nächsten Spot. Ich teste das 13 Meter Loch. Auch hier natürlich mit dem gleichen Setup. Und hier müssen wir jetzt auf die etwas schwereren Bleie gehen. 21 Gramm Blei, Einserhaken immer noch mit Rotauge. Ungefähr die Richtung und dann gib ihm maximal raus. Ja, so ganz kommen wir da, glaube ich, nicht hin. Okay, nächstes Blei getestet. Das Rotauge erlaubt ist. 80 Gramm Blei. Das ist besser. Ich werfe aber nochmal mit vollem Mett aus. Ich glaube, da geht noch mehr. Ein bisschen was trinken, damit ich auch volle Energie habe. 80 Gramm Blei. Richtung passt. Und gib ihm. Ja, das sieht schon besser aus. So, ein bisschen absinken lassen. Bögel passt. Bremse passt. Next. Na, erster Fisch. Da bin ich ja mal gespannt. Geht hier ein bisschen mehr. Wir gucken gleich natürlich nochmal eben rein. Also, an der Insel. Katastrophe. Die ganze Nacht halt durchprobiert. Und nichts ging. Beziehungsweise dann in den Morgenstunden dann auch eher solche Kandidaten. Vielleicht ändere ich hier auch einfach nochmal die Hakengröße. Geht hier auf 1,0. Also, deutlich größer nochmal. Ballern wir nochmal direkt ein Rotauge drauf. Aber ein saftiges. So. Und gib ihm. Jawohl. Das passt doch so ungefähr. Zack. Da vorne ist der nächste. Ich habe hier natürlich an der Stelle und der nächste. Sehr schön. Ich habe natürlich an der Stelle hier ein bisschen Angst wegen der Hechte. Je näher man da hinten in diese Hechtecke da kommt, und umso gefährlicher wird es natürlich, dass auch gerade auf Köderfisch die Hechte reinballern. Ja. Und der nächste Barsch. Puh. Die verfressenen Barsche. Also auch hier nochmal ein bisschen größer. Und dann ballern wir hier nochmal ein Rotauge rein. So. Jetzt sind wir schon am Limit. Das Rotauge ist ein bisschen schwerer. Zack. Und raus damit. Und auf der nächsten Route auch wieder Action. Sehr schön. Ja. Aufs Hechtangeln. Da läuft das natürlich auch richtig gut. Ich hatte es schon mal mit Rotauge auch probiert. Am Ladoga. Unterhalb vom Leuchtturm. Auch da einfach reingeschmissen. Auch das tatsächlich gar nicht schlecht. Auch von der Größe her gar nicht schlecht. Und hier. Ich wollte gerade sagen, kommt direkt der nächste Barsch. Nee. Das ist doch mal schön. Ein feister Bachsaibling. Das schmeckt gerne natürlich mehr von solchen Kandidaten. Krass. 1,7. Auf Rotauge. Kann sich sehen lassen. Tja. Jetzt hat er ich. Ich mache trotzdem auf dem 1,0er Haken. Vielleicht geht er ja doch noch ein bisschen mehr. Rotauge. Da waren wieder die saftigen. 80 Gramm. Komm. Wir haben hier noch ein paar leichtere. Glatte 80. Ja. Das passt noch vom Gewicht. Und raus damit. Also. Man muss tatsächlich ziemlich weit raus. Jetzt hänge ich hier fest. Na. Komme ich hier irgendwie weg. Ich komme nicht weg. Aber gleich werde ich doch bestimmt rausgehoppt. Das dauert manchmal so ein paar Sekunden. Gerade wenn man so blöd irgendwie so auf dem Wasser steht. Dann gibt es schon mal diesen kleinen Ruckler. Jetzt. Da war er schon. Und dann ist man wieder frei. Sehr gut. Also. Das passt. Und hier passt es tatsächlich auch. Zumindest von der Bissrate. Je nachdem was jetzt hier noch reinrasselt. Dann lohnt es sich auch tatsächlich. Ich meine diese ganzen untermaßigen. Rotaugen. Bevor man sie halt vergammeln lässt. Kann man sie doch tatsächlich dafür eher verwenden. Auch wenn hier die Barsche die Rotaugen wegfressen. Hammerhart. Ja. Das ist das Ergebnis von der Insel. Barsch. Zwergmaräne. Da ist mir echt alles aus dem Gesicht gefallen. Auf dem Kaulbarsch allerdings. Und dann die Sefo in so winzig. Und dann nochmal einen Saibling. Immerhin mit drei Kilo. Das ist gar nicht so schlecht. Aber der Rest. Es ist noch nicht so richtig der Burner. Da geht es schon wieder los. Sehr gut. Also von der Position hier. Sensationell. Deutlich besser. Da ist zumindest jetzt hier Frequenz zu sehen. Das ist schon mal gut. Einer nach dem anderen. Den vergammelten Baller ich bestimmt auch gleich nochmal raus. Das könnten wir auch nochmal testen. Da sind aber noch ein paar saftige. Und da ist auch die nächste. Zack. Die nächste Route in Action. Zack. Und raus damit. Oh ja. Hoffen wir mal, dass es kein Hecht ist. Da bin ich ja gespannt jetzt. Also. Setup ist aufgebaut mit. 12,7er Vorfach. Das heißt, hier kann natürlich einiges reingehen. Alles was so im Bereich von. Ja sagen wir mal 4, 5 Kilo ist. Zieht natürlich dann jetzt schon so ab. Und ich glaube viel mehr wird das auch nicht sein. Aber je nachdem was es ist. Kann richtig. Kann richtig geil werden. Gerade beim Köderfisch angeln. Ballern halt schon mal richtig gute Dinger rein. Oha. So. Schön locker. Hat noch Bock. Hat noch Bock. Ich ziehe die Bremse aber auch nicht ganz so hoch. Wobei. Beim Hecht wäre wahrscheinlich schon durchbiss. Hecht wäre wahrscheinlich schon durchbiss. Ich baller jetzt einfach nicht so hart rein. Ich hatte letztens noch heftig angeschlagen. Und zack. Sprrrr. Hat es direkt gemacht. Und da war die Schnur durch. Also lassen wir das diesmal. Mit Glück. Wenn es dann doch ein Hecht ist. Können wir den dann auch noch rausziehen. Wenn er im Grenzbereich ist. Wenn wir es dann natürlich übertreiben. Mit der Schnurrspannung. Dann ist auf jeden Fall vorbei. Na komm schon. Muss ich aber sagen. Also ich muss sagen. Es drillt sich. Es drillt sich ganz gut. Also auf so einer Grundroute dann. Auf der Grundroute dann mit so Spinningfischen. Kann man machen. Gar nicht schlecht. Ich meine ich habe ja auch ausreichend Schnur drauf. Wir könnten hier einfach entspannt stehen. und den Fisch sich in Ruhe ausjubeln lassen. Ja du bist ja gleich dran. Der andere ist schon ganz ungeduldig. Aber das ist nicht so wirklich groß was da dran ist. Sonst würde er irgendwie mehr in die Knie gehen. Deswegen einfach keinen Stress machen. Aber es ist eben auch krass. Also auch das mit den Köderfischen. Ich glaube es wird auch irgendwie ein bisschen mehr. Und es wird auch angenehmer mit den Köderfischen. Also ich glaube ich. Also vom Gefühl her kann man mehr zur Zeit damit fangen. Auch so mit wie gesagt so Rotaugen und sowas. Das war vor Jahren deutlich schlechter. Und ähm. Oder es wurde einfach weniger. Weniger getestet. Aber hat man auch deutlich seltener gesehen. So komm ran. Da sind wir doch schon jetzt im Nahkampf hier. Und es ist eine Sefo tatsächlich. Ja. Also keine Durchbissgefahr. Mit 7,4 Kilo. Okay das ist. Das ist lecker. 7,4 Kilo Sefo. Einfach nur auf dem ollen Rotauge. Kann man machen. Schön. So. Wir haben noch ein paar schmackige Rotaugen. Da oben war auch schon direkt eins. 60 Gramm. Zack. Raus damit. Jawohl. Bisschen stramm machen wieder. Lübt. So. Na gucken wir mal was wir hier drauf haben. Vielleicht den nächsten Barsch oder die nächste Zwergmaräne. Ja. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen. Kann man machen. Es ballern auch mal richtig gute Brocken rein. Das ist halt so der Knackpunkt. Und ich denke wenn man mal akkordmäßig auf Rotaugen war. Oder natürlich auch auf Kaulbarsch. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade Kaulbarsch. Und speziell auch da eher für Saibling und Co. Wir sehen es ja auch im Discord stehen da verschiedene Posts. Der Devilous hatte das vor vielen Wochen auch schon mal geschrieben. Und hatte da auch rumprobiert. Und tatsächlich auch hinten auf der Insel die Stelle. Und hier teste ich jetzt gerade einfach mal. Ja. Mal gucken ob halt was geht. Aber auch da war das schon gar nicht so schlecht von der Frequenz. Saibling. Ja Saibling das wär's. Saibling das wär's ey. Nochmal auf Rotauge. Worauf man halt immer ein bisschen achten muss. Ist. Dass der Rot oder dass der Köderfisch. Eben auch in dem Gewässer drin ist. Also nicht einfach hier. Wild. Irgendwelche Köderfische kaufen. Im schlimmsten Fall auch noch. Und dann auf einmal irgendwie testen. Sagen wir mal Stint jetzt hier. Mit einem ollen Stint. Dann hier am Koori stehen. Und sich dann wundern dass nichts geht. Also es sollten dann doch schon die Köderfische auch sein. Die hier rumschwimmen. Also auch sowas wie eine Laube. Sollte glaube ich sehr sehr schwierig sein. Dass das hier funktioniert. Also die Fische die halt hier drin sind. Sowas wie Kaulbarsch. Oder eben Rotauge. Die dann eben auch als Köderfisch verwenden. So. Weiter geht's mit den kleinen Fischen. Ob man hier tatsächlich auf ganz groß gehen kann. Komm wir machen mal zwei Nuller. Rotz. Fast. Rot. Rotauge. 77 Gramm. Raus damit. Zack. Und das nächste Ding. Sehr schön. Gerade nochmal dran rumgezuppelt. Und auf einmal ging's ab. Kurz davor jetzt gerade nochmal eine 2 Kilo See vorgezogen. Also es ist Frequenz da. Gerade jetzt hier an der Stelle Richtung 13 Meter Loch. Das geht. Kann man machen. Ich glaube das muss man aber noch ein bisschen optimieren. Gerade auch mit den Hakengrößen. Ich gehe mal alles deutlich größer jetzt nochmal an. Denn da ist bestimmt noch Luft nach oben. Gründling baller ich nicht rein. Hatte ich nicht noch einen Kaulbarsch. Gucken wir mal eben. Kaulbarsch in fit und saftig. Ich meine die gammeligen. Ne. Nur gammelig. Okay. Also weiter mit dem Rotauge. Und da müssen doch noch welche sein. Siehste hier. 81 Gramm. Lubin. Ja. Wie gesagt. Im Großen und Ganzen. Gar nicht schlecht. Kann man machen. Achtet darauf. Dass ihr halt ein passendes Blei habt. Wie gesagt. Mit dem Wurfgewicht ist man halt sonst schnell am Limit. Und. Ja. Wie gesagt. Diese Flycast Bleie. Die funktionieren eben richtig gut. Vorfachstärke ist natürlich auch da immer wieder ein bisschen tricky. Es besteht durchaus eben die Chance. Dass die Hechte da reinballern und abbeißen. Also das ist einfach real. Jedoch sollte die Vorfachstärke trotz allem eigentlich nicht so groß sein. Denn wir sind ja hier immerhin noch auf relativ feine Fische auch unterwegs. In einem super klaren Gewässer. Deswegen ist es ein bisschen tricky. Ich glaube man muss einfach so ein bisschen das Risiko eingehen. Dass man mal einen Hecht dran hat. Oder einen ollen kleinen Barsch. Den man direkt wieder reinwerfen kann als Köder. Ei, 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 ei. Ist das wild. Ich schmeiße jetzt hier nochmal ein paar Vergammelte raus. Das Rotauge war tatsächlich auch schon zu schwer. Ich war hier im roten Bereich. Ei, ei, ei. Das geht ordentlich in Verschleiß. Aber wie gesagt im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Ich bin natürlich mehr auf diese Saiblinge aus. Das heißt ich werde demnächst nochmal testen. Komplett mehr mit Kaulbarsch und dann gezielter auf die Bachsaiblinge. Wäre natürlich ein Traum, wenn da noch was dickeres reinrasselt. Wenn das Ganze trotz allem geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags. Immer um 19 Uhr. Petri